Ja, auch wieder ein neues Video von mir und in dem heutigen Video möchte ich aufzeigen, dass das, was ich seit einem Jahr vermehrt lehre, nicht im Konflikt steht mit dem, was Neville gelehrt hat. Denn sehr häufig wird eben das gesagt, in den Kommentaren geschrieben und in den Gruppen, dass ich nicht mehr Neville lehre, sondern sogar konträr lehre, was Neville gesagt hat. Und ich möchte heute halt aufzeigen, dass das gar nicht der Fall ist. Denn wenn sich die meisten immer stützen, wenn sie das sagen, ist halt die deutschen Übersetzungen von Neville. Die meisten deutschen Übersetzungen von Neville, die es aktuell gibt, sind seine Bücher und teilweise Vorträge, die sich noch sehr stark mit dem Gesetz an sich beschäftigt haben. Wie zum Beispiel in meinem Buch, I Am, Gesetz der Annahme nach Neville Goddard. Aber was dabei halt immer so ein bisschen vernachlässigt wird, ist, dass Neville ja auch in den Jahren neue Erfahrungen gemacht hat und teilweise seine Sicht sich auch auf die Dinge verändert hat. Ganz stark war das so ab den 60ern der Fall, als Neville halt mehr sich zu dem Versprechen, also seine zweite Säule, sage ich mal, seiner Lehre, dass er sich stärker darauf bezogen hat und weniger das Gesetz gelehrt hat. Aber selbst wenn man sich nicht nur mit den deutschen Übersetzungen beschäftigt hat, sondern auch englischsprachige Vorträge von ihm gelesen hat, ist das Bild, was man von seiner Lehre erhält, auch nicht immer ganzheitlich. Die meisten, die Neville dann englischsprachig lesen, stützen sich auf die Dinge, die es kostenfrei im Internet gibt. Das heißt, es gibt realneville.com und free Neville, die Seite von 2020, wo so gut wie alle Vorträge von Neville erhältlich sind. Da fehlen zwar auch einige, aber es sind halt schon relativ viele. Gut, diese Vorträge, die es dort gibt, das sind Abschriften. Neville selbst hat ja keine, also hat diese Vorträge ja persönlich gegeben und teilweise wurden sie halt von seinen Zuhörern aufgenommen. Die Qualität war mal besser, mal schlechter und diese Vorträge wurden dann eben aufgeschrieben, abgeschrieben. Was im Internet halt teilweise untergeht, sind zwei Dinge. Zum einen, die chronologische Reihenfolge ist häufig nicht vorhanden. Also zwar steht meistens da, wann dieser Vortrag stattgefunden hat, aber die Gliederungen sind alphabetisch. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass man einen Vortrag von 1957 von ihm liest und dann einen Vortrag von ihm von 1965. Ich glaube, auf realneville.com, wenn man die PDF sich anschaut, gibt es eine gewisse, in Anführungsstrichen, gewisse Ordnung, also Reihenfolge chronologisch, jedoch auch sehr durcheinander, weil Neville hat halt immer in sehr blockweise gelehrt. Das heißt, vielleicht ein Monat jeden Freitag und jeden Samstag einen Vortrag gegeben, dann wieder eine kurze Pause, dann an einem anderen Ort, vielleicht wieder einen Monat und so weiter. Das heißt, zum Beispiel im Jahr 67 gibt es viele Vorträge von ihm, vielleicht sagen wir mal 15 Stück, die aber dann eben immer in einer Vortragsreihe stattgefunden haben. Und sehr häufig ist es, dass diese Vortragsreihen nicht ersichtlich sind. Dann ist da vielleicht ein Vortrag, der hat im Januar 67 stattgefunden, der nächste Vortrag hat dann plötzlich im September 67 stattgefunden. Das heißt, 2020 zum Beispiel hat sich mal die Mühe gemacht und hat versucht, chronologisch das Ganze einzuordnen und dann gab es eine PDF-Datei, wo eben die chronologische Auflistung vorhanden war, für diejenigen interessant, die eben das chronologisch lesen wollten. Denn das ist nicht ganz unwichtig, weil was man eben später erkennt ist, dass Neville im Grunde genommen immer den ersten Vortrag häufig mit dem Gesetz eröffnet hat, als Einstieg und vor allem auch, damit er die Aufmerksamkeit der Zuhörer hat und dann im Anschluss mit dem zweiten Vortrag beginnend eigentlich immer stärker ins Versprechen gegangen ist. Und die zweite Sache, die ganz wichtig ist, die meisten Vorträge, die es im Internet gibt, sind unvollständig. Was fehlt, sind häufig ganze Absätze. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es fehlen Absätze. Und was sehr, sehr häufig fehlt und sehr selten dabei ist, ist die gesamte Q&A. Das heißt, Neville hat nach jedem Vortrag eine Fragerunde gehabt. Nachdem sie in die Stelle gegangen sind, gab es eine Fragerunde. Und diese Fragerunden sind halt sehr interessant, weil sie viele, weil die meisten Fragen, die Neville gestellt worden sind, sehr ähnlich den Fragen sind, die auch nach Neville noch gestellt worden sind. Sie sind sich eigentlich immer sehr ähnlich. Es gibt eine Buchreihe, die vollständig ist. Den Link zu einem dieser Bücher, auf das ich mich heute auch beziehe, setze ich in die Beschreibung mit rein. Es beginnt von 63. Das sind immer Zusammenführungen seiner Vorträge von 63 bis 68 erhältlich in chronologischer Reihenfolge und vollständig, also immer mit Q&A. Natürlich, wie gesagt, manchmal sind die Aufnahmen sehr schlecht von der Qualität. Das heißt, ab und zu beim Lesen wird man merken, dass plötzlich ein Teil fehlt, weil das wird auch dann dorthin geschrieben, dass das unverständlich ist. Aber es lässt meiner Ansicht nach einfach nochmal ein größeres Bild aufkommen. Hinzu kommt, dass man in diesen Büchern auch einige Vorträge findet, die im Internet nicht stehen. Was auch sehr interessant ist. Das einfach mal als Vorgeschichte des Ganzen für die jenigen, die sich eben für Neville mehr interessieren, außerhalb dem, was sie vielleicht schon gelesen haben. Und vor allem eben auch immer der Hinweis, dass die deutschen Übersetzungen sich auf die Bücher, die er am Anfang geschrieben hat, beziehen, dass sich später dann halt mehr eben auf diese Vorträge, Neville sich spezialisiert hat oder es mehr, er mehr Vorträge gegeben hat. Okay, in einem Vortrag, der Seek the Kingdom of God heißt, also Suche das Königreich Gottes, geht Neville halt sehr stark darauf ein, auf das Vertrauen, das Vertrauen in sich selbst. Er hat ja schon in seinen Büchern mal gesagt, dass im Grunde genommen Selbstvertrauen gemessen werden kann an das Vertrauen in Gott. Und er wird am Ende in der Q&A gefragt, ob es noch einen anderen Weg gibt oder welche Wege es gibt, um das Königreich Gottes zu gelangen. Und Neville gibt hier zwei Wege vor. Und das ist deswegen ganz interessant, weil ich mich persönlich sehr stark beim ersten Weg sehe und früher eher beim zweiten Weg gesehen habe und viele aber noch bei diesem zweiten Weg sind. Und aus diesem, aus dieser Annahme heraus dann eben der Meinung sind, nur dieser zweite Weg existiert von Neville. Der erste Weg wäre nicht Neville. Vielleicht kann ich mit diesem Video da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Ich habe das Ganze mal als Bild. Ähm, hier, ersichtlich. Ähm, die Frage war, werden noch andere Anweisungen gegeben, wie man das Reich Gottes suchen soll? Die Antwort von Neville war, nun, wenn sie gefragt haben und die Frage lautet, euer Vater weiß, dass ihr all das nötig habt. Er erwähnte Unterkunft, Kleidung, Nahrung. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und doch galt mein ganzes Interesse dem Wort Gottes. Ich widmete mein ganzes Leben einfach dem Studium, dem Erleben und dem Lehren. Ich habe mich also sozusagen nie in den Zwang gegeben, eine Menge Geld zu verdienen. Ich benötige Geld zum Leben, ich lebe gerne gut, aber es war nie mein Anliegen, Geld zu verdienen. Also suchte ich das Reich und meinen Vater, die Tiefe meines eigenen Seins, der das Reich ist, ich suche ihn. Er weiß, dass ich die Miete bezahlen muss, Kleidung kaufen und all diese Dinge haben muss und so gab er sie mir. Aber ich werde niemandem sagen, der nicht so überzeugt davon ist, dass es so funktioniert, dass er sich nicht um die Dinge der Welt bemühen darf. Okay, auf dem zweiten Teil geht er vor allem dann auf das Imaginieren, das bewusste Imaginieren des Endzustandes ein. Aber er weist darauf hin, dass das halt auch was mit der Überzeugung an sich zu tun hat. Und wenn jemand noch nicht davon überzeugt ist, dass bereits für ihn gesorgt ist, dann bringt er das bewusste Imaginieren ins Spiel. Und das ist ganz entscheidend, weil das im Grunde genommen der Unterschied vielleicht ist, den ich von mir, wie ich es jetzt vermittle, im Gegensatz zu dem, wie ich es früher vermittelt habe. Früher war ich halt nicht überzeugt und habe deswegen sehr stark das bewusste Imaginieren. Ja, du musst bewusst imaginieren, du musst dir den Endzustand vorstellen. Du bist die operative Kraft, von nichts kommt nichts und so weiter. Heute sieht es anders aus. Heute bin ich überzeugt. Von was bin ich überzeugt? Im Grunde genommen bin ich einfach davon überzeugt, dass Wollen ausreichend ist. Und Neville gab eigentlich schon in den Büchern Hinweise darauf. Unter anderem sagte er, dass das Wollen oder das Verlangen in sich selbst die Kraft und den Plan zur Entfaltung enthält. Wenn also das Verlangen schon die Kraft und den Plan in sich selbst trägt, welche Aufgabe habe ich dann noch? Wenn ich sage, ich muss aber bewusst den Endzustand imaginieren, dann ist das was? Das ist eine Kraft, die ich dann zusätzlich dem hinzufüge. Was aber eine Kontraindikation dann dazu darstellt, dass das Verlangen ja bereits die Kraft und den Plan zur Erfüllung in sich trägt. Was das Imaginieren halt an sich macht, ist einfach, dass es mich in das Vertrauen meines Verlangens bringt. Das versuche ich ja den Menschen näher zu bringen, damit sie irgendwann vielleicht auch frei davon sind und das auch geschehen lassen einfach können. Denn es ist halt nicht notwendig. Das, was ich beim Imaginieren mache, ist, vom Brauchen ins Wollen zu kommen. In meinen anderen Videos habe ich definiert den Unterschied zwischen Brauchen und Wollen. Wollen ist einfach, ich bin für etwas. Brauchen ist, ich bin nicht nur für etwas, sondern ich glaube, damit ich noch mehr oder noch zügiger mich darauf hinbewege oder überhaupt erst mich in irgendeiner Weise darauf hinbewege, muss ich auch noch gegen etwas sein. Also ich muss noch im Prinzip einen emotionalen Schmerz erzeugen. Ich muss gegen etwas sein. Ich muss etwas hassen, damit ich auch genügend motiviert bin, mich genügend darauf hinzubewege, auf das, was ich möchte. Und das Imaginieren des bereits erfüllten Wunsches und diejenigen, die halt Manifestationserfolge schon haben und das vielleicht die Erfahrung mal in der Retroperspektive durchgehen, werden feststellen, dass es genau das ist, was passiert. Neville hat ja nie gesagt, dass ich nicht mehr verlange danach. Es ist gar kein Problem, danach zu verlangen. Selbst wenn ich mir den Endzustand vorgestellt habe, kann ich noch meinen Wunsch haben. Es ist die Reaktion auf meinen Wunsch, die entscheidend ist. Reagiere ich darauf eben im Zweifel und das ist Brauchen. Zweifel ist ein sehr mächtiges, selbst erschaffenes Instrument des Brauchens. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Oder bin ich halt schon im Vertrauen? Das ist halt eigentlich der einzige Unterschied, der beim bewussten Imaginieren geschieht. Aus meiner Sicht ist das aber ein sehr unökonomischer Weg. Es gibt einen meiner Ansicht nach schnelleren Weg. Aus meiner Erfahrung, die viele, die bewusst imaginieren, haben nicht wirklich mehr Vertrauen gewonnen. Also ich habe da noch nicht wirklich das erleben dürfen, was ich jetzt im letzten Jahr erleben durfte. Nämlich der schnellste Weg ist halt wirklich einfach an den Glauben an sich zu gehen. Was ist eigentlich der Glaube an sich, der mich jedes Mal vom Wollen ins Brauchen bringt? Da ist ja ein Glaube dahinter. Weil Wollen ist ganz natürlich. Brauchen ist immer gekoppelt noch an einen zusätzlichen Glauben, der mich erst wieder ins Brauchen stößt. Und wenn ich diesen Glauben kenne, und den habe ich ja auch in den Videos schon mal gesagt, dieser Glaube ist ganz einfach definiert. Die Dynamik ist auch von Mensch zu Mensch gleich. Nämlich, wenn ich nicht noch emotionalen Schmerz fühle, also gegen etwas bin, mich schlecht fühle, dann bin ich nicht genügend motiviert, um mein Ziel zu erreichen. Option Method, die ich hier schon mehrfach empfohlen habe, kann dir halt zeigen, dass von all den Gründen, warum du vielleicht dich mal schlecht fühlst und mal irgendwie wütend oder Angst hast oder so, sie zeigt dir zu 100% ehrlich, was bei den ganzen oberflächlichen Gründen, die sehr verschieden von Mensch zu Mensch sein können, was wirklich der Urglaube ist, der dahinter steckt, der dich jedes Mal in die selbstzerstörerische Motivation bringt. Denn so betitel ich das. Selbstzerstörerische Motivation. Und das ist vielleicht der Unterschied von mir zu Neville. Ich sehe in dem zweiten Weg keinen Weg mehr. Weil aus meiner Erfahrung führt dieser Weg gar nicht dorthin, wo man wirklich hin möchte. Wenn man jedes Mal eben in diese Spirale der selbstzerstörerischen Motivation geht, solange man diesen Glauben nicht erkennt. Unabhängig, wie viel man erfolgreich manifestiert hat oder wie wenig. Das ändert nichts daran. Wenn dieser Glaube aktiv ist und nicht berührt wird, dann ist der aktiv und wird nicht berührt. Das kann ein ganzes Leben lang gehen. Ich möchte dir einfach nur eine Option geben, wie du jetzt, in diesem Augenblick, von nun an, dich von diesem Glauben lösen kannst. Dann spielt das alles gar keine Rolle mehr. Dann gibt es kein Brauchen mehr, sondern nur noch das Wollen. Und das ist das Erste, was Neville hier als Weg vorgibt. Wenn nur das Wollen da ist, dann wozu noch das bewusste Imaginieren? Mit bewusst meine ich willentliches Imaginieren. Denn das Imaginieren findet ja auch unwillentlich jederzeit statt. Es findet jetzt statt, es findet danach statt, es findet die ganze Nacht statt und so weiter. Je mehr dieser Glaube sich löst, desto mehr wird die unwillentliche Imagination nur noch Richtung des Wollens gehen, weil ihm das Brauchen nicht mehr da ist. Menschen beschäftigen sich ja häufig mit ihren Ängsten, weil sie im Brauchen sind. Sie glauben, sie müssen sich mental mit ihren Ängsten beschäftigen, aber nehmen das nicht so wahr. Sie glauben, das passiert. Das ist natürlich, das kommt einfach, dass sie sich gedanklich vielleicht den ganzen Tag mit ihren Ängsten beschäftigen und was alles schief gehen kann und in Anführungsstrichen negativ denken. Sie glauben, dass das halt einfach passiert. In Wirklichkeit ist da ein Glaube operativ, den sie angenommen haben und der sich in diesen Gedanken einfach nur ausdrückt, spiegelt. Nämlich, dass ich halt nicht oder weniger auf das fokussiert bin, was ich will, sondern vielleicht mehr fokussiert darauf bin, was das Gegenteil dessen ist, also gegen was ich bin. Oh mein Gott, wenn das Geld weniger wird, dann könnte das und das passieren. Und das ist halt einfach nur mein selbst erschaffenes Tool, damit ich motivierter bin. Ich erschaffe mir sozusagen ein Feuer, ein mir mentales Feuer, damit ich auch wirklich einen Grund habe, mich auf das zuzubewegen, was ich stattdessen möchte. Weg von diesem Feuer, hin zu dem, was ich möchte. Und wenn das Brauchen aufhört, dann findet das halt seine Ruhe, weil das existiert dann immer weniger. Und selbst wenn man sich gedanklich darin verirrt, löst es halt nicht mehr diese Gefühle aus. So fängt es an. Es fängt damit an, dass ich mich mit diesen Dingen und mit meinen, in Anführungsstrichen, früheren Ängsten beschäftigen kann. Ich kann ihnen ins Gesicht blicken, ohne dass ich aber noch das Gefühl empfinde, was sich früher, was das ausgelöst hat. Weil Angst haben wir nie vor einem Ereignis, sondern immer nur vor dem Gefühl, dass wir glauben, was dieses Ereignis in uns auslöst. Ein Gefühl, das wir halt als schmerzvoll empfinden. Deswegen wollen wir das nicht und deswegen haben wir Angst davor. Wenn dieses Gefühl aber nicht mehr da ist, sondern einfach Frieden vorhanden ist, weil ich weiß, dass ich eben diesen emotionalen Schmerz nicht mehr als Motivation benötige, um mich auf das zuzubewegen, was ich will, dann lösen sich diese Gedanken auch allmählich immer mehr auf. Weil es war das Gefühl, dieser Schmerz, der immer wieder diese Gedanken, die Berechtigung gegeben hat, weiterhin in meinem Bewusstsein zu existieren und durchaus immer dominierender zu werden. Und der Grund, warum sie dominierender werden, ist einfach nur, damit ich irgendwann mein Wollen loslassen kann. Denn wenn ich beginne, mit emotionalen Schmerz im Brauchen zu sein, dann ist der Zweifel ein sehr gut geeignetes und mächtiges Instrument, um mich von diesem Brauchen endlich, oder damit ich von diesem Brauchen endlich loskomme. Ich zweifle so lange an meinem Wunsch, bis ich sage, boah, das ist mir es nicht wert. Und dann kann ich meinen Brauchen loslassen und fühle mich dann wieder gut. Weil was ich nicht erkenne ist, dass ich halt immer wieder mich selbst in diesen Schmerz, emotionalen Schmerz gestürzt habe, um genügend motiviert zu sein. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn nicht, schaue in meinem YouTube-Channel. Ich habe unzählige Videos dazu gemacht, über den Zweifel und das Brauchen und Wollen. Auf was ich hier einfach heute hinaus möchte, ist, dass Neville im späteren Verlauf halt auch mehr einfach gesagt hat, vertraue deinem Wollen. Weil das ist genau das. Wenn man sagt, ich vertraue dem Reich Gottes, dann vertraue ich eben all dem, was aus diesem Reich kommt, aus meinem Sein entspringt. Also einfach meinem Wollen in sich zu vertrauen. Ich lasse mich einfach von meinem Wollen führen. Und es ist nicht mal notwendig, dass ich weiß, was ich will. Ich weiß es, wenn ich es weiß und ich weiß es noch nicht, wenn ich es noch nicht weiß. Das ist Vertrauen. Wenn du einem Freund vertraust und ihm zum Beispiel Geld geliehen hast und du vertraust darauf, dass du es zurückbekommst und du bist felsenfest davon überzeugt, dann rufst du ihn nicht jeden Tag an und fragst, wo dein Geld ist. Du tust es nur, wenn du ihm nicht vertraust. Dann kann es sein, dass du ihn mehrmals am Tage anrufst und sagst, hey, was ist denn jetzt mit meinem Geld? Wann kriege ich das wieder? Im späteren Verlauf hat Neville dann halt über das Versprechen gesprochen und hat noch eine andere Aussage gemacht, über die man eben sinnieren kann, nämlich, dass im Grunde genommen alles vorbestimmt ist. Der Weg von diesem Spiel des Lebens, wir sind hier, um alle Erfahrungen zu machen, also wirklich alle Erfahrungen zu machen, um dann wieder zurückzukehren, von wo wir gekommen sind, mit dem Plus an Erfahrungen. Weil für Neville ist Gott ein ausdehnendes Wesen, was immer weiter expandiert. Und Erfahrungen sind eine Art und Weise, wie wir expandieren. Aus diesem Grund sind wir hier. Deiner Ansicht, ganz wichtig. Wenn man das jetzt mal sich, also wenn man das vielleicht mal darüber sinniert, wenn alles, alle Erfahrungen, also es vorbestimmt ist, ist, dass ich alle Erfahrungen mache, wenn das vorbestimmt ist, dass alles andere im Grunde genommen auch vorbestimmt. Also wozu dann mir den Zwang antun oder den Druck antun, wenn eh alles vorbestimmt ist. Genauso ist natürlich das Vertrauen in sich selbst vorbestimmt. Also abschließend möchte ich einfach sagen, wenn du noch bewusst imaginierst und das willentlich tust, stehe ich da gar nicht im Weg. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass du jetzt zwanghaft versuchen musst, einen anderen Weg einzuschlagen. Wenn es für dich gut funktioniert aktuell noch und du damit gute Erfolge hast, dann bleib dabei. Ich bin nicht der Meinung, dass es richtig oder falsch gibt. There is no evil, um Neville nochmal zu zitieren. Aber wenn du merkst, dass dieses willentliche Imaginieren halt irgendwo sich manchmal vielleicht unnatürlich anfühlt, und irgendwo vielleicht du das Gefühl hast, dass dir vielleicht irgendwo noch was fehlt, noch irgendwo ein gewisses Puzzlestück fehlt, eine gewisse Lehre ist, selbst wenn du Erfolg hattest mit dem Manifestieren und du vielleicht großartige Dinge manifestiert hast, du aber irgendwo das Gefühl hast, vielleicht auch die Frage, warum glaube ich, dass ich das kontrollieren muss, warum glaube ich, dass ich das tun muss. Also wenn sich solche Dinge einfach zeigen bei dir, dann lade ich dich halt wirklich einfach nur ein, dass du vielleicht mal den ersten Weg gehst und dass du dich vielleicht mal eine Zeit lang auf den ersten Weg konzentrierst, das wird am Anfang nicht ganz leicht sein, vielleicht genauso, wie es nicht leicht war, ganz am Anfang mit dem zweiten Weg von Neville in Kontakt zu treten. Vielleicht hast du auch am Anfang noch nicht das ganze Imaginieren so verstanden und hast dich da eingelesen und hast dich da hineinbegeben und so weiter und dann wurde das halt leichter. Ähnlicherweise ist es natürlich auch mit dem ersten Weg, er kann sehr, sehr anders sein, zum zweiten Weg vielleicht und sich unnatürlich, ungewohnt einfach anfühlen, aber wenn du einfach Interesse daran hast, dann kannst du dem dich einfach mal hingeben. Das beginnt halt vor allem mit dem Unterschied zwischen Wollen und Brauchen und zu erkennen, warum bin ich überhaupt im Brauchen? Warum bin ich im Brauchen? Ja, wenn du willentlich imaginierst, dann bist du auch im Brauchen. Das garantiere ich dir. Es funktioniert auch so. Es kann funktionieren, manchmal nicht, je nachdem. Manchmal kann der Schmerz so groß sein, dass man es dann halt wieder sein lässt. Es kann aber manchmal halt auch noch in diesem in diesem Zeitrahmen beides fallen, sodass man halt tatsächlich die Manifestation hat. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja einige Manifestationen gehabt, die ich heutzutage, kann ich das sagen, aus einem Brauchen erreicht habe. Es hat funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert, manchmal war es mir zu anstrengend irgendwann, aber es hat halt auch funktioniert. So 50-50. Vielleicht auch 60 zu 40 Prozent. Genau, aber Wollen ist halt in sich mühelos, Wollen ist ein sehr natürlicher Zustand, Wollen ist eine nicht überdimensionale Wichtigkeit des Wunsches, also eine Besessenheit daraus entstehen zu lassen und es ist halt einfach Frieden zu haben. Frieden. Ein unglaublicher Frieden einfach mit dem, was jetzt ist. Ein Frieden mit den mentalen Spielchen auch zu haben, was eventuell passieren könnte und dann besänftigt sich das von ganz alleine und was übrig bleibt ist dann halt einfach dein Wollen und die Ausrichtung auf dein Wollen und das sich darauf hinbewegen und das ist das, was Bruce DiMasico uns eben dann gesagt hat mit diesem wundervollen Zitat Wollen ist ausreichen, Wanting ist sufficient. Aus dem Wollen entspringen die praktischen Schritte auf ganz natürliche Weise, um das Gewollte zu erreichen. Das war schon immer so. Nur wir haben aus dem Wollen eben ein Brauchen gemacht und das brachte dann halt noch ein paar Dinge mit sich. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein Däumchen drückst und ein Kommentar schreibst, wenn du Fragen hast, Anregungen hast oder einfach Feedback geben möchtest oder einfach irgendetwas sagen möchtest und ja, wir hören uns dann beim nächsten Video und sehen uns. Mach's gut!